Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum CIO Aachen Magazin. Super, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wobei, könnt ihr es so richtig glauben, es ist tatsächlich schon wieder der vorletzte CIO Aachen Tag vorbei. Das heißt allerdings auch, Gelände Samstag. Heute ging es für die Eventer und die Fahrer ab in den Busch, ab in die Aachener Sörs. Und da ist Action immer garantiert. Einer, der den Tag sicherlich sehr genossen hat, ist Christoph Wala. Denn er ist nicht nur zum ersten Mal hier beim CIO Aachen an den Start gegangen im SAP Cup, sondern er hat mit der deutschen Equipe auch nochmal eben das Ganze gewonnen und wurde in der Einzelwertung Vierter. Außerdem hatte er den allerbesten Geländerit. Grund genug, ihn einmal vor meine Kamera zu holen. Vorher schauen wir uns aber jetzt erstmal die Highlights des SAP Cups an. Musik 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 Es ist immer sehr schwer hier in Arken. Ich kam letztes Jahr und ja, es ist sehr schwer mit der Zeit und den Fences und den Kombinationen. Es ist alles sehr schwierig und sie kommen sehr schnell und schnell. Ich denke, man muss es aus dem Anfang sein, und Banzai war heute. Er war großartig, also ich konnte ihn nicht verraten. Ich bin sehr stolz von ihm. An meiner Seite Christoph Wahler, Vierter im SAP Cup Einzelwertung und das ganze Ding mit der deutschen Equipe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Vielen Dank! Wie fühlt es sich an? Richtig cool. Es war ja doch sehr spannend. Die Mannschaften lagen sehr eng beieinander. Zwischendurch waren wir dann auch, glaube ich, mal wieder Dritter während der Geländerunde. Und dann am Ende zu gewinnen ist natürlich ein Traum. Ja, das wechselte so ein bisschen. Wenn wir in Aachen sind, dann wollen wir ja auch versuchen, irgendwie den Deutschen Nationenpreis nach Hause zu bringen. Und insofern war das jetzt, ja, am Ende war es richtig cool. Du warst schon einige Male in Aachen, bist aber jetzt das allererste Mal diese Prüfung mitgeritten. Ja, genau. Wie aufgeregt warst du? Aufgeregt ging, um ehrlich zu sein. Angespannt, ja. Und auch so ein bisschen natürlich war da schon viel Vorfreude, jetzt endlich mal in Aachen zu sein. Ich meine, ich bin mit dem Pferd schon viele große Prüfungen geritten und auch schon Championate und so. Aber Aachen hat einfach nie gepasst für mich. Und dann fährst du natürlich schon irgendwie mit großen Erwartungen her. Jetzt eigentlich ein sehr gutes Frühjahr bislang mit meinen Pferden. Und deswegen hatte ich mir schon auch Hoffnungen gemacht, natürlich hier in Aachen gut abzuschneiden. Wir zeigen im Magazin auch immer so ein bisschen behind the scenes. Und das Ding ist, wenn man sich so eine Geländestrecke jetzt mal wirklich anschaut, wenn man da auch mal zu Fuß durchläuft, da steht schon einiges rum, die ist schon lang. Wie macht ihr euch da wirklich dann den kompletten Plan? Also reitest du rein und sagst so, hey, ich habe einen kompletten Plan oder hast du überall so Option B, C oder wie läuft das bei dir? Ja, du musst, glaube ich, schon überall eine Option B oder C haben. Zu viele sollten es dann nicht sein, weil am Ende, sagen wir es mal so, ist die technische Schwierigkeit schon so hoch, dass es eigentlich einen Weg gibt, der kann funktionieren und dann vielleicht gibt es noch eine Variante, wo du sagst, okay, wenn alles in die Hose geht, dann kann ich nochmal einen Galochsprung mehr machen oder einen weniger machen oder so. Aber eigentlich hast du schon oder habe ich einen relativ genauen Plan, wie ich es machen will. Ich kenne das Pferd jetzt auch seit er fünf ist, also der hat nie mit irgendwem anders ein Turnier bestritten im Gelände. Insofern, wenn ich bei dem nicht wüsste, was ich machen soll, dann weiß ich es auch gar nicht. Wie nah warst du an deinem Plan dran, wenn du einen Ritt jetzt rückwirkend anschaust? Viele Sachen sind eigentlich genauso gegangen, wie ich dachte. Normandie Bank, da hatte ich einen kleinen Wackler, das war so ein bisschen, glaube ich, von mir vielleicht ein bisschen zu defensiv geritten. Da hat er mir dann einmal richtig ausgeholfen und hat das dann super möglich gemacht. Der Rest ging eigentlich so, wie wir dachten. Es war von Anfang an klar, dass die Zeit super schwer wird. Es war von Anfang an klar, dass es ein sehr intensiver Kurs ist. Der Regen hat jetzt den Boden doch ein bisschen aufgeweicht. Deswegen bin ich dann, auch wenn man das jetzt am Ergebnis nicht so sieht, aber schon an einigen Stellen auch ein bisschen defensiver geritten, als ich wollte. Aber ich glaube, das war jetzt, dafür wie es war, war es gut. Für die Premiere kann man mit dem Ergebnis ja wirklich sehr, sehr zufrieden sein und vielleicht legst du dann ja im nächsten Jahr einfach nochmal nach. Warum bist du Vielseitigkeitsreiter geworden? Irgendwie immer gemacht. Also ich habe auch Dressur und Springen geritten. Ich reite auch immer noch Dressur und Springen. Aber meine Eltern haben sich irgendwann überlegt für mich und meine Schwester, dass das eigentlich ganz gut wäre für unsere reiterliche Grundausbildung, wenn wir damit mal anfangen. Und ich bin dann dabei geblieben. Und hat geklappt, hier in Aachen. Ja, klappt ja bislang noch. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen so. Vielen, vielen Dank für das Interview. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir freuen uns darauf, dich dann später noch in der Siegerehrung zu sehen. Und für euch gibt es jetzt kleine Behind-the-Scenes-Einblicke von Juliane Barth, alias Julis Eventer. Sie ist ja unsere rasende Reporterin hier im Magazin. Und sie ist nicht nur auf der Strecke unterwegs gewesen für uns, sondern schaut auch mal, wie so ein Warm-up abläuft, was die Teams mit den Pferden machen. Und sie schaut ganz genau hin. Es ist Samstag, das heißt Gelände. Und ja, es ist immer so eine kribbelige Stimmung, wenn das Gelände läuft. Ich bin hier gerade im Stall, weil ich einfach das total liebe, wie die Leute hier, ja, so ein bisschen kribbelige Stimmung, aber auch sehr konzentriert. Die Reiter sind natürlich schon sehr im Tunnel und reden miteinander, geben sich gegenseitig Tipps. Das liebe ich ja an der Vielseitigkeit, dass man eben jeden fragen kann. Ich gehe mit euch jetzt aber einmal den Weg lang, den die Pferde nehmen. Das heißt, erster großer Abreiteplatz. Dann gibt es noch einen kleinen Abreiteplatz, wo man die letzten Sprünge machen kann. Und dann geht's los. Hier stehe ich jetzt am letzten Abreiteplatz. Hier werden auch nochmal die letzten Vorbereitungen gemacht. Und es ist heute echt nicht so schön wie die letzten Tage. Auf der anderen Seite ist es immer besser, wenn es ein bisschen kühler ist für die Pferde. Dann müssen wir jetzt machen. Dann tun wir da ruhig törí durante vier. Und dann bis also am nächsten acaba. Das heißt, es war eine Musilcell, wo wir bei Pferde für die Corona-S fps schauen. Hier ist der letzte Bereich, der Abpflegebereich, da kommen die Pferde nach dem Ziel rein. Da wird abgeschwammt, runtergekühlt, die Beine nochmal abgewaschen und so weiter und so fort und natürlich auch vom Tierarzt gecheckt, bevor sie dann Richtung Stall dürfen. Jetzt bin ich mitten im Stadion und es wird richtig spannend, denn der letzte Amerikaner hatte eben einen Stopp und das heißt, wenn Michi jetzt Null bleibt, dann gewinnen wir in der Teamwertung. Tom McEwen, ein Vorbeiläufer. Michi hat ein paar Zeitfehler, keiner kommt Null-Null rein, alle ein bisschen Zeitfehler oder eben tatsächlich ein Vorbeiläufer. Das heißt aber auch, Deutschland gewinnt den Nationenpreis hier mit der Mannschaft und Jasmin Engem hat im Einzel gewonnen. Das ist so ein crazy Tag. So ein crazy Tag. Das Pferd von Ingrid Klimke. Zusammen haben die beiden zweimal den SAP Cup gewonnen und heute ist Hellbop in die Aachener Söers zurückgekehrt, um Abschied zu nehmen. Musik fünfjährig zu uns in den Stall und ich muss ganz ehrlich sagen, damals war das nicht wirklich Liebe auf den ersten Blick. Du hattest immer schon diesen großen Kopf und vor allen Dingen auch einen richtigen Dickkopf. Bobby hat nämlich immer entschieden, dass er seine eigenen Wege geht und vor allen Dingen auch im Tempo hatte ich anfangs wenig Chance, ihn zu kontrollieren. Doch mit der Zeit, dank den Trainern Hans und Chris, habe ich irgendwann gelernt, dich zu zügeln und du standest lange im Schatten von den Toppferden, zum Beispiel Eskada und keiner hat wirklich so richtig dran geglaubt, dass du mal ein Superstar wirst. Doch dann 2014 kamen wir zurück als Fünf-Sterne-Sieger aus Po und von da an bist du mit gespitzten Ohren, flott, flüssig, mit deinem ganzen Kämpferherz, mit deinem Mut, mit deiner Geschicklichkeit und mit deiner unglaublichen Härte durch sämtliche Geländekurse mit mir gesaust. Ich konnte mich immer auf dich verlassen und ich wusste, Bobby, dass du für mich alles gibst. Ich danke dir, denn du bist der allerbeste Lehrmeister gewesen und du hast mir so viele wunderschöne Glücksmomente geschenkt. Cam und ich haben tolle Abenteuer, dann die erleben dürfen. Du bleibst bei uns auf der Weide mit deinen Freunden und ich hoffe, dass du ganz alt und ganz gesund bleibst. Danke, Bobby. Was für schöne Bilder! Und das Wasser, was ich hier gerade in den Augenwinkeln habe, das schiebe ich jetzt einfach gerade mal auf den Regen. Es wurde heute aber nicht nur emotional, bei der Verabschiedung von Bobby und nicht nur rasant auf der Geländestrecke, sondern auch bei den Vierspännern im Preis der Schwarz-Gruppe. Und die Kids-Reporter Luise und Emma, die haben sich das Marathon-Geschehen ganz genau angeschaut. Hi, hier sind wieder Luisa und Emma. Und gestern durften wir uns ja mit Mareike Ham und ihrem Team den Parcours angucken. Und heute ist es endlich soweit. Heute startet der große Marathon der Vierspänner. Hier ist ja auch schon ganz schön viel los, also würde ich sagen, let's go! Die müssen jetzt auch durch die Buchstaben A bis F, ne? Ja, aber die müssen auch unbedingt daran denken, dass sie die richtigen Reihenfolge einhalten. Und am Ende müssen die noch durch den großen Graben. Ja, das wäre wirklich sehr, sehr kompliziert. Ich glaube, gleich geht es auch schon durch den Graben. Das haben sie, glaube ich, total gut gemacht. Ja, total. Ich bin schon so gespannt aufs nächste Hindernis. Und die nächste Kutsche! Also ich glaube echt, das wird in dem Hindernis nochmal echt schwieriger, die Bälle nicht runterzuschmeißen. Ja, das stimmt. Das sind ja jedes Mal zwei Fehlerpunkte. Ich finde das so beeindruckend, wie die Reiter die Pferde zurecht scheuchen. Ja, total. Hoffen wir mal, dass kein Ball runterfliegt. Oh, da flog einer. Ja. Das haben sie aber ganz gut gemacht. Ja. Das sieht jetzt so anders aus mit den ganzen Menschen da hinten. Ja, total. Das sind auch einfach so viele. Ja, aber ich finde auch das Rolex-Wasser hier drin ist auch echt am coolsten. Ja, aber das Wasser wird wahrscheinlich auch total hoch... Jetzt wird es aber ganz schön stürmisch. Ja, das ist für die Pferde bestimmt auch viel schwieriger jetzt. Ich finde das so beeindruckend, wie da diese steile Brücke runtergehen. Guck mal, wie hoch das Wasser spritzt. Ja. Jetzt mit dem Regen ist nochmal irgendwie was Besonderes. Das sah echt richtig spektakulär aus. Ja, total. Das sieht wirklich so unfassbar spektakulär aus, wie die da durchgehen. Das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Das waren wirklich total spannende Prüfungen. Ja, auch wie sie durch das Wasser gefahren sind. Ich habe mich vor allem total erschrocken, als da eine Ball runtergefallen ist. Aber das war es jetzt von uns. Und jetzt zurück zu Annika. Tschüss. Süß die beiden, oder? Schon wie absolute Vollprofis. Vielleicht sollten wir die zwei morgen mal den Rolex Grand Prix kommentieren lassen. Rolex Grand Prix ist ein gutes Stichwort, denn wir haben morgen hier in der Aachener Söhrsens 10-jähriges Jubiläum und zwar vom Rolex Grand Slam. Diese Serie verbindet jetzt schon seit 10 Jahren vier der größten Reitturniere weltweit. Und bisher ist es erst einem gelungen, das Ganze zu gewinnen. 2013 hier, das erste Major, hat übrigens Nick Skelten gewonnen. Und den habe ich mir zum Interview geschnappt. Nick, thank you for your time. I hope you enjoy your time here in Aachen. Is there a part of you that would love to jump back on the horse and go in the main stadium? Yeah, a part of me. When you're here and you get the atmosphere, then you really wish that maybe I was riding again. But then I've been very lucky to achieve what I have and time goes on and it's great to be here. What do you do during your stay in Aachen? Well, Laura Kraut, my partner, she's riding here. So we, you know, we have four horses here, young ones, and she's been competing. So we're looking forward to tomorrow. At the moment we're the first reserve out, but hopefully, you know, we should, we might get in. So you still have a little bit of competition feeling. Yeah, we still have hope. You had a spectacular win in 2013 with your horse Big Star. Can you still remember your emotions? I can remember, yeah. It's obviously after, the year after we won in London the Olympics, the Team Olympics. And, yeah, I mean, that day in 2013 was really, I mean, he gave a really good performance and it was a very good jump off. And it's always a thrill to win here. I've been very lucky over the years to win here in Aachen, which that was my fourth time. And, yeah, I mean, the atmosphere is tremendous. This is the best show in the world by far. We love to hear that. Do you have an insider tip for us for the Rolex Grand Prix on Sunday? I mean, it is very, you've got the world's best here. So, you know, it's, and the course is always very difficult. A lot of people are going really well. You've got last year's winner is in again. There's just so many, anybody could win. If McLean Ward also wins the Rolex Grand Prix on Sunday and not Laura, he's the top contender for the Rolex Grand Slams. Do you have good chances? I think McLean has a good chance. I mean, okay, Azuri, she's getting on a little bit in age, but she was great in Geneva. And also in St. Hogenbosch. And I know McLean is really determined to win this Grand Prix. He wants to. He wants it badly. And, yeah, I mean, she's definitely been on good form. And I should think this will be her. I think if she wins this, that will be it. She'll probably be retired from then on, I think. But she has a good chance and it would be great to win it. Yeah, I hope he does. Where will you watch the show? In the stadium? Yeah, hopefully I'll be in the stadium. But hopefully if Laura gets in, we'll be down here in the warm-up and trying to do our best. What is your tip for her? Well, first of all, we have to get in. And then I think actually Balotinho, he's good enough to win this. But he just had a bad day on Thursday night. I think the atmosphere got to him a little bit. But, yeah, he's good enough to win. So when will be the decision, if you're in? Well, I think we know two hours before. That's the cut-off time. So, 12 o'clock tomorrow. So, hold the thumbs. Thanks for your time. And have a nice time in Aachen. Good, thank you. Great. Also, ein wenig kitzelt ist Nick, anscheinend doch nochmal aufs Pferd zu steigen. Allerdings genießt er auch so seine Zeit hier in Aachen. Zumal seine Partnerin Laura Kraut sich vielleicht tatsächlich am Sonntag noch qualifizieren kann und dann eventuell beim Rolex Grand Prix mitreitet. Er hatte aber auch einen Insider-Tipp für uns und hat gesagt, okay, es gibt viele starke Reiter. Hat aber auch verraten, dass McLean Ward tatsächlich richtig, richtig Bock hat, am Sonntag hier zu gewinnen. Denn dann hätte er den Rolex Grand Slam gewonnen. Und das ist ja so ein bisschen doch das große Ziel für viele Reiter. Falls ihr euch jetzt fragt, Rolex Grand Slam, was hat es damit eigentlich auf sich? Was hat das mit dem Rolex Grand Prix am Sonntag hier in Aachen zu tun? Wir zeigen es euch. Ruhm, Ehre und natürlich die Geldprämie stehen beim Rolex Grand Slam der Springreiter auf dem Spiel. Es geht um eine Million Euro. Das ist weltweit einzigartig. Vor genau zehn Jahren hat hier in Aachen alles begonnen. Der Rolex Grand Slam verknüpft vier Majors. Das CSIO Bruce Meadows Masters, den CHI Genf, The Dutch Masters und den CHIO Aachen. Die vier Majors sind natürlich ganz spezielle Turniere, sind die größten Turniere, die wir haben. Also es ist immer ein Ziel, um dort ganz vorne zu stehen. Die Möglichkeit, einen Grand Slam zu gewinnen, wie in jeder anderen Sportarten, wie Tennis und Golf, ist jetzt ein Highlight für jeden Reiter. McLean Ward ist der aktuelle Titelanwärter auf den Rolex Grand Slam. Er kann beim CHIO Aachen zur Legende werden und als zweiter Reiter überhaupt die prestigeträchtigste Trophäe des Pferdesports gewinnen. Denn Ward gewann bereits zwei Majors in Folge. Beim CHI Genf und beim The Dutch Masters. Gelingt ihm nun auf dem heiligen Rasen in der Aachener Sörs die Sensation? Es ist eine große, monumentale Aufgabe, aber eine, die ich und HX Azure haben jetzt sehr nahe zu bekommen. Der US-Amerikaner, der in der Weltrangliste Rang 3 belegt, sattelt sein Spitzenpferd HH Azure, um seinen Traum vom Rolex Grand Slam wahr werden zu lassen. Dass dies zu erreichen etwas Außergewöhnliches ist, weiß auch der Major-Sieger des CSIOs Bruce Meadows Masters, Daniel Deusser. Der Deutsche wird versuchen, sich den Two-Out-of-Four-Bonus zu sichern, den Gewinn zweier Rolex Grand Prix innerhalb seines Grand Slam-Zyklus. Dafür winken 250.000 Euro zusätzlich zum Preisgeld. Der Fakt, dass mehr und mehr Leute in den Sport kommen, dass der Sport besser und besser wird jedes Jahr, zeigt, dass mehr und mehr Leute einen Rolex Grand Slam gewinnen können. Und natürlich wird es jedes Jahr mehr und mehr schwierig werden. Ob McLean Ward als Rolex Grand Slam-Sieger in die Geschichte eingeht oder ein anderer Reiter, der begehrten Trophäe ein Stück näher kommt, zeigt sich beim Rolex Grand Prix des CHIO Aachen. Zehn Jahre Rolex Grand Slam. Ein neues Kapitel Sportgeschichte. Dieser Tag ist doch wirklich wie im Flug vergangen und ich freue mich schon sehr auf morgen, da es nämlich hier in Aachen großer Showdown im Dressur und Springen im Deutsche Bankpreis und im Rolex Grand Prix. Ich werde mir jetzt noch ganz schnell einen Tribünenplatz klar machen, denn gleich startet der Merkur Spielbanken Cup. Und wenn ihr Lust habt, das Ganze auch zu verfolgen, schaut einfach auf unserer Homepage vorbei, da gibt es nämlich einen Livestream. Also, wir sehen uns morgen wieder zum großen CHIO Aachen Finale. Macht's gut! Tschüss! Grazido! G景la Gekal.